LULULULULULULULU LULULULULULULULULULULU Lala Lululululululululululuten Guten Morgen Pumuckel Guten Morgen Sag einmal wo liegst denn du da? Du gehst doch da rüber, du gehst doch Ja ich bin umgezogen Ja was heißt du bist umgezogen Ja das ist sehr schön hier Elegant und sehr bequem Ja ma du kannst dich doch nicht einfach auf dieses Sofa da liegen Das ist ja … Antiquität Oh eine, eine Aquilität ist was Na, mindestens 100 Jahre alt. Ich glaube, aus der Puppenstube von 1876 stammt die. Oh, dann kann ich hier liegen bleiben. Ich bin nämlich eine viel ältere Aquilität. Jawohl, ich bin nämlich 312 Jahre alt. Was du nicht sagst, doch. Und dann kann ich also doch hier liegen bleiben. Es ist nämlich sehr bequem hier. Ja, aber nicht mehr lange. Und dieses Buch hier, das du mir geschenkt hast von den Maulwürfen, das ist sehr improposant. Sehr spannend. Das ist gescheit. Dann liest es und sei startet und red nicht zu viel. Jetzt will ich aber eigentlich nicht mehr lesen. Können, können, können wir vielleicht eine Partie Bococcia spielen? Nein, nein, da habe ich keine Zeit dazu. Ich muss ja was arbeiten. Ich muss ja das Klumpf vom alten Wimmer fertig machen. Das ist aber schade. Ach ja.